dann laufen wir mal... Ups! Och mann, alter! Farbenquell! Ey, Mann, ey! Was macht der denn da? Hallöchen, wie kann ich helfen? Mello, du bist's! Alle wissen schon, was für tolle Taten du zusammen mit Mario vollbracht hast. Sogar Wellum hat ihr besiegt. Echt? Das habt ihr schon gehört? Du musst wissen, Mario, die Strömung selbst trägt Neues aus der ganzen Welt hierher zum Quackenquall. Und genau darum weiß Opa alles und auch immer das Allerneueste. Man kann ihn immer fragen, was so anliegt. Wow, hey, dann bist du wirklich Mario? Super Mario? Freunde, kommt mal und schaut, wer da ist! Er ist es, ganz in echt, schaut aber überhaupt nicht so aus, wie ich ihn mir immer vorgestellt hab. Es heißt ja, er könnte höher springen als jeder Frosch, ob das wohl stimmt? Schau an, schau an! Mein kleiner Hüpfer ist wieder da, was hast du zu berichten, Mello? Opa! Hallo! Schon gehört? Ich hab Mario getroffen und Mario hat mir geholfen. Selbstverständlich hörte ich das bereits. Und Mello, das Regenwetter vorhin, das war's doch, gewiss du, oder? Äh, ouch! Nicht wackeln, halt mich ruhig und stabil. So, nicht wackeln, halt mich ruhig und stabil, ja? Schwerlos und anmutig, wie besprochen. Sei willkommen, du bist also Mario, ich bin der große, weise Quack. Und du bist hier, um am Fundus meines Wissens teilzuhaben. Hab ich nicht recht? Ich hab dich bereits erwartet. Ja, das Alter, weiß oft, weisen Rat, das ist wahr. Doch wo sind nur meine Manieren? Lass uns nicht an der Türschwelle sprechen, komm, sei unser Gast. Und ab, Rückwärtsgang, presto! Quäppchen, sei nicht müßig, bildet eine Brücke für Mario, ja? Wundervoll, willkommen in meiner guten Stube, ich will euch helfen, so gut ich nur kann. Nun denn, Schmiedrich, der Schurke der Bowser-Festung, erobert hat, er ist ein mächtiger Feind, richtig? Und auch die Prinzessin will sicher so bald wie möglich befreit werden. Doch ach, wenn du nur die Wahrheit wüsstest, Peach weiht nicht mehr an jedem Ort. Gemach, junger Freund, lass mich erklären, folgendes hat sich zugetragen. Du warst in Bowser's Festung, um ihre Hoheit aus den Klauen des Schurken zu befreien. Und als du den Bösewicht besiegt hattest, schicktest du dich an, der Prinzessin Fesseln zu lösen. Doch es ertönte gewaltiges Humor an und ein kolossales Schwert spaltete den Himmel. Kavumisch, unerhofft und einfach so. Die Urgewalt seiner Landung wirbelte euch alle drei von dannen. Und Bowser, wie auch die Prinzessin sind nun irgendwo verschollen, wo weiß keiner. Du sorgst dich sehr um, der Prinzessin Schicksal, das ist völlig klar. Doch dein wahres Ziel sollte spiedrig selbst sein. Seine Schergen sind es, die wild und Waffen trotzend im ganzen Königreich wüten. Klinklong, den ihr im Palast besiegt habt, war nur ein einziger seiner Lotterbande. Und er wird keinesfalls der letzte sein, dem ihr entgegentreten müsst. Oba, fast hätte ich es vergessen, im Pilzpalast haben wir einen Stern gefunden. Weißt du vielleicht was über den? Einen Stern, sagst du? Hm, sehr aufschlussreich. Es mag nach Aberglaube klingen, doch Sternschnuppen vermögen Wünsche zu erfüllen. Und ich bin fest überzeugt, dass sie euch eine Hilfe dabei sein werden, schmiedrig das Handwerk zu legen. Oje Mini, waren das wohl möglichst zu viele Erklärungen auf einmal? Wollt ihr es nochmal in aller Kürze hören? Nein danke. Eine überaus grenzlige Lage, ja ja. Oje, klingt ja jetzt furchtbar und hoffnungslos. Dann war Klinklong also nur der Erste, den Mario besiegen musste und die anderen werden sicher noch gemeiner und gefährlicher sein als Bowser. Äh, Malo, du klingst gerade so, als würde dich Marios Reise gar nicht bekümmern. Doch du wirst Mario auf seinen Abenteuern begleiten, mein Junge. Hast du verstanden? B-b-bitte, aber Opa, ich bin doch nur ein kleiner Frosch. Sowas ist doch viel zu schwierig für mich. Mein lieber teurer Malo, lange musste ich dir die Wahrheit verschweigen, doch in Wirklichkeit bist du gar kein Frosch. Was? Es war an einem herrlichen Regentag. Ich saß genau an diesem schönen Ort und genoss ein Grillchen als Imbiss. Da trug die Strömung vom Wasserfall her einen Weidenkorb herbei. Ich schaute hinein und ein kleines Baby blickte mich an. Auf seinem Gürtelchen stand ein Name geschrieben, Mellow. Das wolkige kleine Geschöpfchen tat mir sofort leid. Ich nahm mich seiner an und zog es als mein Enkelkind auf. Das Kind war unbeschreiblich zauberbegabt und mir wurde klar, in dem Kleinen steckte viel mehr, als man vermeiden möchte. Ich dachte mir, ganz klar, der Junge muss aus fremden Landen stammen, weit, weit entfernt. Aber Opa, ich dachte immer, ich wäre... Mellow, jetzt wird nicht geweint. Begleite Mario auf seiner Reise. Gemeinsam werdet ihr deine wahre Familie finden. Irgendwo auf dieser Welt warten deine Mutter und dein Vater auf dich. Psst, hey Mario! Mellow's Zauberkräfte werden dir auf deinem Abenteuer gewiss außerordentlich helfen. Du nimmst den Kleinen doch mit, oder? Hör mal Opa, aber jetzt weine ich nie wieder, versprochen. Ich ziehe zusammen mit Mario los und finde meine wahre Familie. Wohlgesprochen, dann nicht länger gezaudert. Ihr müsst sofort aufbrechen. Begebt euch zunächst nach Rosen Road. Dort benötigt man euer Beider Hilfe. Prüfen. Hm, okay. Dann hopseln wir mal wieder hier rüber. So, geben wir mal Gas. Was? Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch hier? Alter. Hallo? Mein allergrößter Traum im Leben ist, ein weltberühmter Musikpomponist zu werden. Ich wäre eines Tages gerne so berühmt wie der große Toda-Zart. Mein liebstes Musikstück. Na, ist doch selbstverständlich. Weise Quacks 18. Weise Endur. Die geht... G-A-E-D-C-D-E-E... Falsch. Toda-Zart findet die auch sehr nett. Ah, ja. Schön für euch. Melodienbucht. Hüpf auf der Kaulquappen, um die Musiknoten zu spielen. Zeig, wie musikalisch du bist. Ich starte mit Toda-Zart. Der Weltberühmter kommt um mein nächstes. Eigentlich versuche ich an diesem schönen Ort meine künftigen Meisterwerke zu komponieren, doch die Muse will mich nicht küssen. Möchtest du eine kleine Lektion in der Kunst der Musikkomponistionelle von mir hören? Ja. Beginnen wir mit den Notenlesen. Freund, siehst du jede fünf Linien dort? 1, 2, 3, 4, 5. Zwischen der zweiten und der dritten Linie liegt C. Ja. Toll. Sehr schön. Aha. Hm. Okay. Aha. Toll. Zeit, ein Meisterwerk zu komponieren. Ach so. Wollte ich das jetzt tun? Ja. So. Wovon wir das aber tun. Guck ich mal gerade. Hm. Ich muss ja irgendwo auch wissen, wie ich das mache. Irgendwie. 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 So. Fangen wir mal hier an. Hm. Wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn? Hm. Hm. Würde sagen. Da. So. Fangen wir an. Das muss angefangen ganz unten. Oh. Ist nicht gehört. Ist jetzt nochmal warten. Dann. Also. Zack. 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 Auch verdammt ist falsch. Musik komponieren. Wir nicht richtig. Tada. Und wie klingt's? Sag bloß, dass hast du komponiert. Klar. Nein, das ist nicht die richtige Melodie. Verdammt. Nochmal. So. So. Oh. Verdammt. Hey. Schummler. Warum ist der wieder abgehauen? So. Dann. So. 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 Äh. Hm. So. Und wieder so. Das ist sie. Nach genau dieser Melodie habe ich gesucht. Vielen Dank für die Inspiration. Bitte nehmt dieses als Zeichen meiner Wertschätzung an. Haltkarte. Sollte ich wieder mal Hilfe beim Komponieren brauchen, werde ich hier auf dich warten. Bis dahin. Nehmt wohl. Ah ja. Okay. Schauen wir mal hier. Weißer Punkt rein. So. Gucken wir mal. Hier rüber. Ja. Willkommen, willkommen. Das ist der Froschkroschenmarkt. Ah. Zum ersten Mal hier. Ja. Ganz besondere grüne Münzen. Wenn ich sie gesammelt habe, kann ich mir kaufen. Sorge, welches Grummes. Erhört die Abwehrkraft des Anwenders im Kampf. Hm. Toll. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Was hast du Schönes? Oh. Du hast eine Altkarte. Dann bitte. Was darf es denn sein? Kaufen. Quaponado. Äh. Nade. Upsi. Schön. Für Münzen kann ich das Zeug kaufen. Schick. Aber ich brauche erstmal nix. Mein Freund. Okay. So, dann haben wir hier schon alles so weit. Clear oder? Ups, 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 ups. Hups, ups, ups. Schiff, ohne Menno wird es hier sehr einsam sein, vielleicht muntert mich ja ein kleiner Imbiss wieder hoch. Fleisch und Teich geblubber, das hätt ich ja fast vergessen, der Grillkuchen den ihr unter Einsatz eures Lebens gebracht hat, so was muss doch belohnt werden. Ich weiß, mein kostbarer Stab, der, den ich schon liebte und hegte, als ich noch Mellos zartem Alter war. Hier, der Fröschleinstab, der wird euch große Dienste leisten, aber Ausrüstung nicht vergessen, ja? Top! Juhu! Juhu! Ups! so ab jetzt mal den speicherstand geändert auf den wo schon mal ein bisschen gelevelt haben was heißt gelerbt das geht ja gar nicht so einfach weil ich bin hier 07 auch kein großer unterschied zu dem anderen ich bin auch sparen können eigentlich egal so eine altkarte welcher wohl noch haben zwischen des items genau dann gehen wir mal weiter rosenfahrt das karte ich bringe auf diese gelben plattform damit sich diese umher befördern werden sie blau sind kannst du nicht von ihnen herunter springen kann ich da drauf oh nee hallo ich bin zu dir drauf ich muss doch wohl da rüber kommen oder hallo geht doch verrückt wo bin ich denn hier ich gehe einfach mal gucken was ist das denn der ist aber abgezischt unfair warum bin ich so geduckt schlimmer voll gar nicht gut werfen wir mal feuerball drauf geht doch stimmt wo ich es gerade sehe ausrüstung für ihn habe ich ein fröschlein starb fertig von weißem quark höchstpersönlich da ist er ja wieder zwei von denen die hauen jedes mal ab merkwürdig so damit kommschir über Ah Und wieder weggezippt Ich frag mich wofür der gut ist Ey, bleibst du wohl hier Hau dir das mal ab, ey Siti Guck Guck Musik Das war's für heute. 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 Wow, gleich mal prüfen. Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.